Okay, jetzt seh ich's. Jetzt seh ich's. Okay, 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 okay. Ich hab noch kein anderes Lager, richtig? Dann brauchen wir jetzt einfach mal ein anderes Lager. Warte, ich hab schon ein anderes Lager. Wir brauchen kein anderes Lager mehr. Warte, ich hab schon Warte, oder was? In dieser Reihe hab ich noch nicht. Da ist Fahrzeuge. Okay. Alright, okay, ist okay, ist alles. Wir brauchen mehr von denen hier auf jeden Fall. Alles andere lässt sich schnell zusammenklauben. Ähm, wir können auch einfach mal... ...Dingens holen. Wo ist jetzt eigentlich... Ihre Verbündeten greifen die Feindbasis an. Gießerei errichtet. Wo ist übrigens mein... Da ist mein Warlord. Okay. Alright, okay. Oh man! Was zum Fick ist das alles hier? Was für ein Rail, alter. Was ist das denn? Ein Marauder... ...Energieextraktor errichtet. Hm. Hm. Locos sind ja Gebäudekiller, soweit ich weiß. Flugabwehr... Wir machen die Feindbasis an. Komm, wir basteln mal zwei Gebäudezerstörer. Ah, basteln wir mal drei Gebäudezerstörer. Ähm. Ja, können wir mal so machen. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Wo? Was? Wer? No! Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ähm. Der macht das schon. Ich werde auch gleich mal eine Basis angreifen. Ähm. Zuvor werde ich aber meine 60 Leute hier zusammen klauben. Wir können das hier mal upgraden eigentlich. So, zack. Kann man das auch noch upgraden? Nö, kann man nur einmal upgraden. Gut. Ähm. Stoffe 3 können wir nicht. Stoffe 3 können wir nicht. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Sieht voll lustig aus. Okay. Jetzt begeben wir uns alle erstmal hier hin. Und besser ist es. Und besser ist es. Das ist sehr geil. Und besser ist es. Das ist sehr geil. Das ist ein Fahrzeug. Aber es gibt keine... Keine Dingens mehr. Keine... Ähm. Ja. Ähm. Ja. Huch. Ey, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen Kampagne spielen. Okay. Ja. Da braucht Hilfe. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Digga. Was ist los? Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. einer verteilt in der City. Lass mich mal machen. Ja. So, was haben wir noch, was haben wir, was haben wir so, was haben wir denn hier für so Leute hier, ach guck mal, ja dann make it real, stirbt alle, stirbt, 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 okay, ähm, ja sehr gut, sehr gut, safe mir ein bisschen seinen Raum da ein bisschen ab, ne, was, 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 okay, alles cool, digga, alles cool, wir sind groß, mach ich dir jetzt auch noch durch Klaffa-Dich, kein Problem, ne, machen wir auch links, was los, was los, ähm, mal aufleveln, dann können wir vielleicht auch mal nachher mal ein Raid bauen, auch mal auf, ne, ne, neeeeeiinn, das stimmt denn mit euch nicht. Neeeeeinn, neeeeeinn, ähm, der ist ein bisschen stärker als der Stil, Schade, der ist wahrscheinlich nur auf Infanterie gegangen und hat das gelevelt en masse. Ähm, wir werden sowas von verkacken. Fahrzeug Level 2 erforscht. Mann, ich bin... Boah, 650 kostet die Scheiße. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja, ich bin, ähm... Diese Einheiten greifen uns an. Ja, ist jetzt eh egal. Die Städte jetzt eh alle. Luft auf 3 verbessern. Befestigung. Kann man den Warlaut nochmal basteln hier. Sehr schön. Ähm... Ja, das war's. Meine ganzen Leute sind tot. Sind tot. Alles tot. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ich liebe es jetzt, um an mich aufzubauen, aber... Hat ja nicht viel gebracht. Ähm... Zwei Jäger-Trupps. Ähm... So, schnell wieder aufbauen. Die haben uns ziemlich gerusht, Alter. Alter, was ist ziemlich gerusht? Ähm... Man, ich will dieses Fahrzeug ja haben. Weiß, was ich jetzt mal mache. Ich baue mir jetzt mal hier noch eine Basis-Zene. Voll cool, Alter. Voll cool, Alter. So, Base erstmal smaschen hier hinein. Ich brauche auf jeden Fall Flug-Einheiten. Also, ich habe keine Flug-Einheit von denen gesehen. Das heißt, ich muss mit Flug- und Infanterie arbeiten. Das heißt, Panzer-Technisch kann ich ein bisschen... Außen stehen lassen, sozusagen. Dann bauen wir einen hiervon. Komm, was soll der Reitsch? Und... Drei hiervon. Bam. Passt. Gut. Ähm... Dann bauen wir jetzt noch so'n Ding hier. Kann ich nicht. Jetzt aber. Den Ding kann man aber nicht erweitern, ne? Also, die haben so viel, wie sie haben. Gut. Komm nicht aus. Ich will mich ja jetzt nicht unbedingt beschweren. Aber. So, den können wir auf drei hochpushen. Dann können wir vielleicht auch immer mal den Brave hier benutzen. Braus-Systeme bereit für den Einsatz. Sehr cool. Energie-Extraktor errichtet. Bam. Gut, 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 gut. Den kann man nicht mehr verbattern. Den kann man nicht mehr verbattern. Ähm. Wird irgendwas gebaut gerade? Nope. Ich warte darauf, dass ich die 700 hier zusammenkriege. Geht ja relativ schnell. Okay. Nein. So. Bam. Jetzt habe ich auf drei erhöht, ihr Doofen. Boah. Das komplette Ding oder was? Nie gesmashed? Was war denn das für eine Einheit, Alter? Stück damit denn ich? Ich bin ganz friedlich in der Nachbar hier. Der nur ein bisschen Armee aufbaut. Jetzt haben wir nur ein Problem, ne? Jetzt haben wir kein, haben wir, ähm, wir haben kein Dingens. Wir haben kein, was habe ich da gebaut bei dem anderen? Also hier haben wir ein Angriffslager und eine Gießerei. Okay, wir haben kein Fluglager. Gut zu wissen. Upgrade abgeschlossen. Angriffs, Harvest, extra Apex, was? Arbeitsunterschütze, schwere Flieger. Luftanheiten. Sehr schön, das will ich haben. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja, das ist traurig, ähm, aber, ja. Ich muss auch jetzt auch erstmal, äh, ne? Bis dahin kann ich auch 3 hochpushen. 1100. Oh, ich kann den Wraith bauen. Ja! Wraith bauen. Ich baue zwei Wraith. Ich baue zwei Wraith. So, komm, mach hin, Apex. Jetzt baue ich noch ein Blister-Bag. Jetzt baue ich noch ein Blister-Bag. Blister-Bag. Ich baue jetzt noch ein Blister-Bag. Brrrr. Brrrr. Verbündeten sind in Gefahr. Ja, das ist gut möglich. Ich bin am basteln. Lass Daddy mal machen. So, bauen wir mal zwei davon, ne? Schalte nicht. So, ich höre keinen. Ich habe kein Ton mehr. Jetzt habe ich wieder Ton. Ähm. Wie können die Jäger müssen? Grayen? Haha. Was macht ihr jetzt, hä? Was macht ihr jetzt, hä? Jetzt, wir können nix machen. Also, die können nix machen. Ihr dürft gern mitmachen. Nein, nein, alles gut. Ich verteidige. Sehr, super, super, souverän. Ich halte sie alle auf. Keine Chance gegen mich. Das bisschen, das wir haben. Easy. Tastiert mich doch nicht. Scheiße. Ich bin hier voll niedergemäht. Ähm. Ähm. Hey, das hört auf mich. Der Warlord wurde ausgeschaltet. Okay, wir müssen ganz schnell, ganz viele Leute bauen. Was halt einfach nichts bringt, im Endeffekt. Ähm. Der Feind hat eines unserer Gebäude verstört. Was ist eigentlich dieser Blister-Bake? Das hier ist kein Blister-Bake, ne? Weil ich bin ja der einzigste... Ey, macht ihr... Alter, haben... Machen wir jetzt meine Buffs kaputt. Okay, ich hab nix anderes außer jetzt, ähm... Ja, das weiß ich, ne? Ich hätte auch voll hier minimiert, werde ich hier. Aber ich bin auch erst mal am gucken, Alter. Ich muss auch erst mal testen, ne? Was ist los? So. Einfach nur. So, Leute. So sieht ein. Die haben uns geklaut, die Scheine. Na, wartet. Stirb. Oh, fuck. Das ist natürlich die falsche Entscheidung. Keine Chance. Nein, lass mich in Ruhe. Stirb. 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 Nein. Ich kann nur was machen, wenn er jetzt nicht irgendwo eine Basis frei, ähm, zeigt. Aber er scheint nicht davon überzeugt zu sein, dass ich, ähm... Hab ich jetzt verloren? Kann ich jetzt irgendwas machen? Ähm. Ich hab keine Einheiten. Soll heißen, ich bin jetzt planlos hier. Das heißt, ich kann das Spiel beenden. Ja, scheint so, ne? Ja, Leute, das war Halo Wars 2. Anführer-Fähigkeit bereit. Anführer-Fähigkeit bereit. Anführer-Fähigkeit bereit? Was für ein Anführer-Fähigkeit? Ich hab keine Einheiten mehr. Ich kann nichts machen, wenn er hier ein bisschen nach vorne fahren könnte, könnte ich hier die Basis errichten, anscheinend. Aber der fährt nicht. Ich kann auch nichts drücken, Alter. Oh, der baut sich auch eine Mega-Armee auf. Das seh ich jetzt schon. Ähm. Soll das so sein? Soll das so sein? Egal. Das ist eine andere Basis. Da. Die hat ein bisschen mehr zu verwöhnen, weißt du? Ja, der doofe Arsch fährt auch nicht nach vorne. Ähm. Ja, Leute. Ist ja egal. Ich wollte eigentlich sowieso nur einen Letztest machen. Die Beta zeigen. Ähm. Daher kapituliere ich jetzt. Ich kapituliere. Ich habe kapituliert. Äh. Spieler-Listen-Limit. Zwo. Spieler-Vier. Übungen. Übrige Platzierungsparteien. Zehn Stück. Gut, Leute. Dann berg ich mich erstmal soweit für dieses Letztest-Zusehen-Gedirnte. Äh. 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 Ansonsten. Ähm. Guckt immer. Jetzt versuche ich den Twitch hier überzubringen. Wer es euch gefallen hat, dann schott das in die Kommentare. Ansonsten schott alle anderen in die Kommentare. Ähm. Guckt unten in die Infobox. Da finden die alle nötigen Informationen. Ja. Es gibt auch eine Infobox hier. Ähm. Ansonsten. Ja. Sehen wir uns hoffentlich auch nochmal online. Tschüss.